So, heute machen wir mal ganz was anderes, nämlich ein kleines Werkstück aus Metall, wo wir uns einfach anschauen werden, wie diese Grundfertigkeiten funktionieren und die zeige ich dir so mal vor. Als erstes schauen wir uns mal an, ob alle das Werkzeug haben, das wir dazu brauchen. Als erstes kommt das Anzeichnen auf dem Material. Wir verwenden da, zeige ich euch da, das ist gar nicht so schwer, Aluminiumprofil, wo wir uns dann kürzere Stück an runter schneiden. Und um da etwas anzuzeichnen, kommt man sicher auf die Idee, einmal einen Bleistift zu nehmen. Der Nachteil dabei ist, einmal drüber gefahren und weg ist die Geschichte wieder. Dafür gibt es jetzt am Metall, sogenannte Reißnadeln. Die haben da eine Hartmetallspitze, das reicht. Das ist zu benutzen wie ein Bleistift und freihändig schreiben ist jetzt auch nicht so geschickt. Dazu haben wir da diese Winkel- oder Metalllineale, geht wunderbar. Da kann ich mir die Maße markieren, kann ich im rechten Winkel da Linien anzeichnen. Also, Anschlagwinkel, Reißnadel. Bleistift. Der nächste Schritt ist dann, wenn ich etwas bohren will, dann muss ich mir irgendwie die Stelle anzeichnen, wo die Bohrraum stattfinden soll. Beim Holz kennen wir das, da haben wir den Vorstecher. Den haben wir natürlich da beim Metall nicht oder sagen wir es so in einer anderen Form. Nämlich, sogenannte Körner. Der hat da vorne eine ziemlich 90 Grad Spitze, mit dem können wir nachher körnen und zwar brauchen wir dazu nachher noch einen Hammer. Stellen wir uns vor, wir wollen das jetzt bohren, dann schnappen wir dazu einen Schraubstock. Also mit der freien Hand ist da aber mit allem nichts mehr. Das kann ich jetzt einfach so einspannen mit diesem Maschinenschraubstock. Oder ich schnappe mir aus meiner Restekiste einfach zwei Stückerl Holz. Und die schützen dann das Aluminium oder das andere Metall, was ich gerade verwende, von irgendwelchen Beschädigungen oder Kratzern. Okay. Kurze Zwischenbilanz. Bleistift, Reißnadel, Winkel, Körner, Hammer, Maschinenschraubstock und irgendwelche Schutzmöglichkeiten. So, wenn wir da bohren und wir haben bis jetzt immer unsere Holzbohrer verwendet, ihr kennt die. Das sind die mit der Spitze da vorn drauf. Die können wir natürlich da beim Metall nicht mehr verwenden. Dann haben wir jetzt die Metallbohrer. Die kennt ihr sicher auch. Die haben im Vergleich dazu ganz eine anders geformte Spitze. Seht man das? Sonst filmen wir das nachher nochmal näher. Mit denen kann man im Holz bohren. Aber eigentlich sind die Metallbohrer. Und mit denen kann man nur im Holz bohren. Da spart man sich den Vorstecher. So, Metallbohrer. Das werden wir nachher nur sehen, wenn wir da bohren, dann entstehen da unschöne Grate. Und um die zu entfernen, gibt es die sogenannten Senker. In dem Fall sind die Kegelsenker. Da hat er Bezug zur Mathematik. Wenn man sie dreht, dann geben die ungefähr die Form von einem Kegel. Mit dem können wir wunderbar entweder mit der Maschine oder von der Hand aus die Grate entfernen. Empfehle ich unbedingt. Also, weil die nicht hat, soll sie sich anschaffen. Nächster Schritt. Also, wir haben bis jetzt angerissen mit der Reißnurne und dem Winkel. Die Bohrungen gekörnt mit Hammer und Körner. Wir haben sie gebohrt mit einem Metallbohrer und einem Kegelsenker. Und jetzt wollen wir etwas säen. Dazu habe ich diese Metallsäge. Die heißt jetzt nicht Metallsäge, weil der Bügel aus Metall ist, sondern weil das Sägeplatt für Metall ist. Man kann sich das dann genauer anschauen. Ich meine, wahrscheinlich stößt die Kamera nicht scharf, wenn ich es jetzt da so hinzeige. Eher witzig. Aber man merkt dann schon, wenn man sich das anschaut, das ist so ein leicht gewelltes Sägeplatt. Und das braucht man Metallbohrer. Weil dadurch ist nämlich die Nut, die man da sägt, breiter als die Sägeplatt. Dadurch klemmt es nicht. Die Reihung ist vermindert und die Sägeplatt hält es länger. Metallsäge. Zu guter Letzt, wenn wir alles gemacht haben, dann werden wir auch feststellen, wenn wir da was abgesägt haben, da sind auch so Grate, die ein bisschen unschönig sind. Und da kann man sich wirklich pleut verletzen. Die sind so wie kleine Rasiermesser. Also da würde ich jeden am Anfang gleich mal fühlen lassen. Das spürt man. Aber auch da gibt es Abhilfe. Wir haben da Pfeilen. Wenn man genau schaut, Flachpfeilen verwende ich da. Und zwar Schlichtpfeilen. Das sind so, wenn man es angreift, feine Pfeilen. Da gibt es gröbere. Und von der Größe her, das sind normale Feilen für die Kinder. Und dann haben wir da noch Schlüsselfeilen. Und mit den Schlüsselfeilen können wir nachher da die Karte wegtunen. Ich glaube, wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um da arbeiten zu können. Ich will sagen, ich zeige es euch noch einmal im Detail. Und dann legen wir los. Schauen wir es uns noch einmal an. Da ist also unser Rohmaterial. Das Alu-Profil. Alu? Aluminium. Schon etwas kürzer. In einen Schraubstock. Sogenannten Maschinen-Schraubstock. Weil den kann man nämlich da mit Schrauben an der Bohrmaschine festmachen. Eingespannten Schutz für das Material. Holzunterlagen, das reicht völlig. Als nächstes der Winkel, die Reisnadel, der Bleistift. Das reicht, um unsere Sachen anzuzeichnen. Man möchte es kaum glauben. Aber da, dass da diese Beschriftung in Zoll drauf ist, das bringt immer wieder Kinder durcheinander. Und wenn ich dann sage, schneid mir bitte was, oder markiert bitte irgendwas mit 5 cm Länge, dann kommen dann solche Teile raus. Und die sind dann ganz verwundert, weil gefühlsmäßig sind ja 5 cm nur so kurz, was man dann erst bei den Zentimeter sieht. Es gibt solche Winkel auch, die auf beide Seiten Zentimeter haben, reicht für uns. Hammer und Körner. Da sieht man es jetzt genauer. Hoffentlich stellt die Kamera schon auf. Oder auch nicht. Vorne 90 Grad Spitze. Den kann man selber an einer Schleifscheibe nachschärfen. Als nächstes haben wir die Metallbohrer. Ich nehme hier jetzt einmal den 10er, den 10er. Da sieht man es jetzt. Einen Winkel von 120 Grad. Spiralbohrer. Um die Grate zu beseitigen, haben wir hier die Kegelsenker. Um zu sägen, haben wir hier unsere Metallsäge. Man sieht es jetzt, glaube ich, sieht man es. Die Sägeplattel ist da so gewellt. Das braucht man für die Metallbearbeitung. Das ist jetzt auch der Grund, warum sich manche vielleicht schon gewundert haben, warum bei diesen Pucksägen die Sägeplattel so wellig ist. Wenn man da Metallsägeplätter drinnen hat, kann man die durchaus auch verwenden. Aber man sieht schon, wenn man es so nebeneinander legt, das ist jetzt eher für kleine Einschnitte. Wenn ich da gescheit so etwas wie unser Aluminiumprofil durchsägen will, dann ist das einfach zu mini. Da brauche ich da beide Hände und nehme die große Metallsäge. Ja, und dann hätten wir da noch unsere Pfeilen. Wenn wir dann den Querschnitt anschauen, das ist so rechteckig, die nennt man Flachpfeile. In dem Fall ist es eine Doppelhebschlichtpfeile. Von der Größe her sieht man schon, das ist etwas so groß wie meine Hand. Kann man auch erwähnen, die nennt man Handsägen von der Größe her. Und das da, das sind die Schlüsselfeilen, in dem Fall auch. Rechteckiger Querschnitt, eine Flachpfeile. Falls ihr irgendwo in eurer Werkstätte so eine Maschine entdeckt, das ist eine Schleifmaschine. Da würde ich nur sagen, erstens mal sind die Kinder sowieso Hände weg. Und wer sich das nicht zutrat, oder noch nie gemacht hat, Hände weg. Hände weg, einfach Hände weg. Weil im Null kommen wir nichts, sind die Finger da drinnen. Und wie sage ich immer so schön, da kann man dann die Biologielehrerin holen, die erklärt einem nachher den Knochen aufbauen, weil das sieht man wunderbar da drinnen. Aber, aber wenn man es kann, dann kann man da den Körner, in etwa der Stellung, schleifen und so immer wieder spitz machen. Das ist eine relativ einfache Übung, viel schwieriger ist es, das muss man gelernt haben. Man kann aber an diese Schleifscheiben auch die Bohrer nachschärfen. Ob ich das überhaupt zeige, bei einem Anfängerkurs? Naja, jetzt wisst ihr wenigstens wofür die Scheiben da gut sind. Und in erster Linie sind sie dafür gut, dass man nicht hingeht. Finger weg. Und da haben wir jetzt auf einer Säule unsere Ständerbohrmaschine. Wahrscheinlich kommt euch das bekannt vor. Vielleicht habt ihr kleinere Ausführungen, aber im Prinzip sind sie alle gleich. Da oben ist der Getriebekasten drinnen. Da kann man die Geschwindigkeiten verändern. Da haben wir den Start und den Stopp Knopf. Ups. Da haben wir den Start und den Stopp Knopf. Stopp. Da haben wir den Start und den Stopp Knopf. Dann haben wir da die Tiefenzustellung. Das ist unser Tiefenanschlag, wo wir begrenzen können, wie tief wir runterbohren. Dann haben wir da unser 3-Bockenfutter. Und hier drunten der Bohrtisch. Der ist da bei uns mit einer Kurbel höhenverstellbar und wir könnten sogar auch drehen. Da haben wir da unten den Knebel. Wenn man den aufmacht, dann kann man den Tisch drehen auch. Und wer sich immer schon gewundert hat, wofür diese Schlitze da sind, die sind also nicht dafür, dass man den Staubgurt runterwischen kann oder die Späne, sondern wenn ich da meinen Maschinenschraubstock drauf tue, die habe ich jetzt nicht da, weil bei dem Werkstück da reicht es, wenn ich den mit der Hand halte, aber da kann ich jetzt da von unten kommend Schrauben durchstecken, Beilagscheiben und eine Mutter, einmal links und einmal rechts, falsch herum, einmal rechts und einmal links, einmal vorn, einmal hinten, da ist links und rechts, ganz egal wie man das haltet, da kann man die festschrauben. Und dann hakelt sich da nichts mehr ein und die Bohrung wird ganz sauber. Jetzt meine ich habe ich alles. Mehr Zeug brauche ich eigentlich nicht, um diese kleinen Spielzeuge da herzustellen. Also, gehen wir es los. Nein. Gehen wir es an. Und das ist ein Milleres herzustellen. Да. Ja. Vielen Dank.